Kondor im Anflug! 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 Hier sind wir ganz sicher reingekommen. Das ist nicht mehr weit. So, hier rein? Oh, ja, genug Bruch. Könnte sein. Oh, verdammt! Ich brauche noch Scharfschützen! Was hat sie noch alles gebaut? Scharfschütze! Scharfschütze ohne Handy benutzt. Ein großer Scharfschütze! Eher Verfolger! Ein großer Verfolger! Schichter! Verfolger erledigt! Ach so, der Ausgang ist da vorn. Oh, scheiße. Hoffentlich haben Jinspots Chas nicht entdeckt. Keine Sorge. Ha! Ja, der Hüpse kommt schon allein klar. Was ist denn jetzt los hier? Glückwunsch! Wir haben den Fabrikator so gut wie aus der Siedlung geschafft. Und was jetzt? Jetzt werden wir diesen Kran absenken, um uns den Weg freizumachen. Kinderspiel. Einfach wie? Es gibt keine Steuerung. Nur ein Dibi kann das Ding steuern. Muss einen Weg geben, den abzusenken? Erledigt. Ja, ja. Los jetzt! Da kommt mehr Bibis! Ich muss nie vorleihen. Ich muss nie mehr werden. Ich muss nicht in die Abenteuern gehen. Ja! Denn ich muss nicht in die Abenteuern gehen. Ich muss nie verlaufen. Hier! Siehst du! Vorsicht, mehr Scharfschütz! Scharfschütz! Ich muss gestehen, habt euch ganz wacker geschlagen, Ausreißer. Ganz wacker? Oh, sagte ich wacker? Ich meinte überwältigend. Wirklich, eine ganz spektakuläre Heldentat war das. Okay, okay, du brauchst dich nicht so aufspielen, du Arsch. Du bist in Sicherheit, Hübsch. Deine Freundin Jin lässt ihr nicht so schnell locker. Da hast du wohl recht. Oskar, komm schon, wir müssen los. Sorry, Freundchen. Ich fahre. Okay, du fährst. Du musst uns den Rücken frei halten. Bist ein besserer Schütze als ich. Tja, wirklich? Nein, ich will nur, dass du dich besser fühlst. Zum Glück seid ihr sicher. Bald wäre ich selbst Richtung Siedlung 5 aufgebrochen. Wir, ähm, wir wurden aufgehalten. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Wie lange haben wir? Ich begrüße unseren Gast. Ministerpräsidentin? Rainer, ich suche nach meinen Leuten. Treten Sie zur Seite. Sie haben hier keine Befugnis, Ministerpräsidentin. Ich sag Ihnen, was jetzt passiert. Jeder, der sich der Chor widersetzt, wird beiseite geschafft. Wie in Siedlung 2? Das liegt an ihm. Sie vergessen dabei eine Sache. Oh, und die wäre? Das hier ist nicht Siedlung 2. Okay, war ein nettes Gespräch. Oh, es ist nicht vorbei. Ihr zwei, holt den Fabrikator und folgt mir. Kam rein! Wir müssen die Halle mit dem Fabrikator sichern. Na los! Na los, achtsam. Du, stell sicher, dass die Krankenstation genügend Brandsalbe hat! Tut mir leid, Brandsalbe wird nicht viel bringen. Die Davies haben jetzt mehr als nur Schockgewehre. Moment. Jin schießt jetzt auch scharf? Ach, scheiße. Alle sofort in die Versammlungshalle. Los! Ja, das ist so klar. William, evakuiert die Schule. Stellt sicher, dass kein Kind zurückbleibt. Sichert das Kraftwerk. Guter Schuss, Kleiner. Rainer, die Geschütze sind bereit. Carmine, geh wieder da hoch. Alle dürfen wir da rein. Wie steht's um die Muni? Das ist alles, was wir haben. Hoffentlich reicht das aus. Gehen wir rein. Schon ein bisschen Muni da. Die Chor ist fast da. Werf den Fabrikator an! Ich versuch's. Erstmal ein Posi stellen hier, das Ding. Verbarrikadiert die Hand. Hey, sind alle da? Ja, fast alle. Bis auf Mackenzie und Eli. Denen geht's gut. Sie sind zum Handeln im Süddorf. Zumachen! Kate! Ist die Chor wirklich hier, um uns mitzunehmen? Ja, Kleiner. Ist sie. Aber da drin bist du sicher. Versprochen. Okay, William. Verriegeln! Verriegeln! Und? Alles gut. Wir haben durchgezählt. Eure Ministerpräsidentin steht auf große Gesten. Ja, sie ist nicht gerade subtil. Tja, ich auch nicht. Verteidigt die Tür. Zeigen wir ihr, was es heißt, sich mit Noncons anzulegen. Okay, geh an den Fabrikator und baue uns ein paar Verteidigungsanlagen. Oh, was haben wir denn da? Was ist das? Verteidigungsanlagen. Schockware. G-Ware. Barriere. G-Ware. G-Ware. Boge. Ach so. G-Ware. 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 da ist klar ich kann die doch nicht verkommen lassen landungsschiff jetzt geht's los hey karmine hat ihn erwischt alles was er weiß hat er von mir verfluchte scheiße alle bereithalten diese debis wollen sich unsere leute krallen dann müssen sie erst an mir vorbei da ist ein konto wir müssen die debis von den bewohnern fernhalten weiterer hirten zerstört noch ein toter bot ein weiterer kondor landungsschiff weiterer hirten zerstört ein toter verfolger wir sind auch nicht fertig wir haben sie aufgehalten aber das war nur der anfang wir brauchen mehr befestigung braucht was das sie verlangsamt bin dran ich brauche lieber die geschütze ich kann nicht fassen dass jen das durchgezogen hat ja und jetzt 10.000 klar doch hatte nichts damit zu tun dass du ihr den kopf abgerissen hast ich kann nicht runterlaufen stellen wir dann hier in die ecke das andere kann man hier drüben jetzt dann stellen sie sind zurück wir sind bereit haltet sie von der tür fern sie haben das haupt tot zerstört da kommen sie verfolger zerstört die 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 Ah, gut, wundern! Ah, das war eine Musik. Ja, das war's. Wacht schnell! Sie brechen durch die Wand! Weitere Dibis von links! Verflucht! Nicht verfrieden! Ich bin ein Tor-Bot! Wir haben eine Tor-Bot! Wir sind ein Tor-Bot! Besonders der Brot! Schau! 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 Verflucht! Beschützer aktiviert. Ziele geortet. Oh Mist. Sinn hat die Beobachter aufgepeppt. Hey, die haben einen anderen Weg hochgefunden. Passt auf die Mitte auf! Der Schild ist bunt. Beschützer erledigt! Achtung! Beschützer! Der Schild ist unten. Shit. Verfolger zerstört! Sack, siehe! Mist. Habt ihr die Schild kaputt? Scheiße. Verfolger zerstört! Der Schild ist unten. Der Schild kaputt ist unten. Das war's. Wir haben die verfluchten Dibis erneut aufgehalten. Euch ist klar, dass es jetzt noch schlimmer wird. Ihr von alle, repariert und ersetzt so viel, wie ihr könnt. Schnell! Ihr Kinder geht schon mal vor. Ich überprüfe die Tür. Keine Puste mehr? Mitnichten. Ich habe schließlich auch die Dibis bei Siedlung 5 überstanden. Ganz unversehrt. So, dann nehmen wir gleich her. So, dann holen wir uns die Hand. Dann legen wir da auch gleich noch hin. Die legen wir da auch gleich noch hin. Schau an, schau an! 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 Mom, wir haben das Archiv zerstört. Ich seh's. Wir haben Kopien. Von den Daten, nicht von den Büchern. Die, die Dad aus Jacinto gerettet hat. Okay. Alle bereit machen. Lass dich nicht hoch. Hör. Das kommt mir gerade weg. Komm schon, du bescheuertes Scheißstück. Oder lassen Sie die Fähne reinziehen. Erfisch. Freit mit der Ziele entwicklen. Du Fiese. Schau an, Schauer. Landungskapseln. Leute, da kommt Verfolger. Ein toter Verfolger. Okay. Okay. Ja. So was gemacht! Das ist jetzt mal eine Schuppermüge! Hatsch! Gernot! Dose! Die Verfolger sind verstärkt! Noch ein toter Hürzel! Einweiterung der Welt! Er ist tot! Sie haben Verfolger! Noch ein Bord zerstört! Macht mehr Glück beim nächsten Mal! Ich habe einen Verfolger erledigt! Noch ein toter Bord! Hey, hier ist noch ein Beschützer! Der Schild ist unten! Wer ist der Nächste? Hey, das war der Letzte! Gute Arbeit, Jungspunde! Oh, Scheiße! JD, da kommt eine Sturmfront. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator steht, ohne Jin zu provozieren! Ma'am, haben Sie nicht zugehört? Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun! Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen! Was auch immer das bedeutet! Ich hab euch gesagt, euch beiden! Lasst mich das bloß nicht bereuen! Mom, du weißt, dass sie lügt! Seit wann kümmern wir uns darum, was die Kor denkt? Seit es zu Kriegen führt! Ihr drei, bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter! Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort! Schaltet den Strom wieder an! Gut, ganz wie du willst! Hey, wenn noch mehr Chorleute kommen, schlägst du Alarm! Jawohl, Ma'am! Hey, du wusstest, dass dieser Tag kommen würde! Deshalb halten wir uns auch an den Plan! Können wir uns ein wenig sputen? Rainer ist schon sauer genug! Ja, ich weiß! Es kackt immer wieder ab! Das Teil hat heute viel durchgemacht! Ach ja? Willkommen im Club! Ich hab's gleich! Okay, JD, geh zu dem Schalter! Okay, rein damit! Sieh mal ran! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Komm schon, gib's zu! Du hast kurz an mir gezweifelt! Hast du was angefasst? Was? Da draußen ist was! Da draußen ist was! Na los! Mom? Mom! Hey, hör zu! Versteck dich und dann verschwinde! Was tust du denn da? Hey, hör zu zu! Mom! 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 Komm! Komm! Stopp! ector! 雨 Mom! uo Rainer! Nein! Oskar! Oskar!